Da sind die mit Gain 1 Allein ich hab ja ein Seed hier mit 5, 6, 8 schon allein schon den Weed Seeds Aber jetzt sind die Lumber ist echt gut Oh ich hab noch einen stärkeren, 8, 7, 7 Okay Ja viele sind schon mit 8 kombinierbar Von vorne Okay Ich werd alt Die wachsen So ihr breitet euch mal ganz in Ruhe aus wenn Freunde der Nacht Ich komm gleich mal wieder Ja Die soll sich einmal alle kombinieren Lass mal das hier wieder raus Werkzeug Zack 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 Die Hau kann eigentlich hier bleiben Weit 2, 3, Material Material brauch ich nicht Zack Funktioniert das schonmal hier ohne 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Lustiger wäre wenn die ja da hinten hinkommen würden So Holz hab ich Ich brauch mir schon noch ein bisschen mehr Holz 1, 2, 3, 4 Zack, zack Sieht schonmal gut aus Zack Das Ding wird einfach nur Arsch teuer wieder Das hat man schon gemerkt Das ist alles Arsch teuer Das ist alles Arsch teuer Weißt du doch Super Arsch teuer Hopp Der läuft in Ruhe Okay Das ist hell Ich will nochmal machen Zack Zweier Weg So Dann bauen wir das ab Haben wir schonmal So jetzt geht meine Axt kaputt Mist Muss ich mir auch noch ein wenig davon machen Und zwei Cases noch Für Living Wood und Living Rock Ich brauch sie halt auch Und auch nicht wenig von Ganz viel 1, 2, 3 Man kann es automatisieren Das weiß ich Hab ich bei Devitor gesehen Okay Es gibt so eine Sanduhr Die auch Ticks raushauen kann 2, 2, 3 1, 2, 3 Ich brauch jetzt mal Mana Glas 2, 2, 3 Und Mana Stealing Gut Okay Living Rock haben wir auch jetzt Mal etwas 2, 3 Können wir uns gleich die Mana Boots bauen 2, 3 Weg 2, 2, 3 2, 3 Maschinen Die Verteiler können wir uns auch bauen Geht er wieder hinten ab Gehen wir gleich mal gucken was er da macht Hm? Wir müssen gleich mal gucken was er da macht Das erstmal vorbereiten dass ich Mana produzieren kann So hier kommt jetzt wieder ein anderer Weg hin Eins Zack, 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 so zack zack so stein habe ich doch stein mitgenommen nein habe ich nicht nicht so oft daneben klicken mein axel gleich kaputt ich meine die insel sieht wie voll beleuchtet ist dink dink Massenproduktion, Massenproduktion, ja, ich liebe diese Massenproduktion. So wie immer, ne? Ja, man muss es einfach übertreiben können. Dein Lieblingshobby. Die Daybloom brauche ich. Hier kommt dann. Das hier Dark Mana produzieren und die Nightshade. Brauche ich Black, Grey und Purple. Black, Grey haben wir noch nicht, Purple auch noch nicht. Das ist ein Schatz. Guck mal in die andere Gliese rein. Sind alle Farben da? Ja. Sicher, alles gemacht? Sämtliche Farbe gemacht, nur zwei unterschiedliche Kisten. Da habe ich schon drauf geachtet, dass ich alles mache. Gesehen. Ne, gibt es zwei Kisten davon. Sonst hätte es nicht gepasst. Ja, gucke ich gleich. Ähm, aber erst mal die... Okay. Eben. Das ist ein Gelbe. Da habe ich es dann. Eine Orangene. Und eine Leipzig. Ich bin da hinten. So. Warte mal, habe ich ein... Oh, ich muss noch einen Weg rüber. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich mich doch verschätzt beim Bauen? Ah, ne, habe ich gar nicht. Hm. Okay. War fast richtig. Zwei, vier, drei, vier... Zwei... das war schon richtig. Hier hoch. Plänter. Eins, zwei, drei, zwei. Zack. Zack. Zack, Zack. Zack, Zack. Das habe ich mich leicht erschrocken, dass es nicht passt aber,ah. Zack, Zack, Zack. zack 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 das macht kack so die day haben wir keine fackel sitzen harvester danke dann passt das auch nicht hier wäre wieder ein stein weg als wichtig ist jetzt mal davon Platz machen im Winter Platz machen Platz machen Platz machen Platz machen So da könnte es nach 4 runter gehen und in die Richtung So Ich brauch Gold Ich hab kein Gold hier Du musst immer rüber laufen Scheiße wenn man nicht drauf zugreifen kann So ein bisschen AA 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 ist braun und stink So wie du Witzbold 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 Ich weiß Sludge Neuer Stromproduktion ist klar Quartiervon noch Ja Kacke sowas So Wenn du wieder keine Axt hast die ordentlich funktioniert Ich weiß nicht ob ich ne Lumber Axe brauche Ich glaub ich mach nur ne Hatchet Weil ne Lumber Axe kann viel viel mehr wegreißen Ne Hatchet würde reichen Naja ich brauch ne Lumber Axe Wenn du von oben rauf machst mach das nicht Sag das mal live in the woods Hm? Sag das mal live in the woods Wo ich von oben drauf geklickt hab und der mich 2 Egggeschosse nach unten geschleitert hat Weiß ich nicht Ja hat er gemacht 2 Egggeschosse weniger Ja 1 2 3 4 Ja 1 2 3 4 Wo willst denn du Banause Ach da Hab ich gar nicht gesehen 1 2 2 4 5 6 Denk dran Einen drin lassen Ja mach ich doch grad Damit den nochmal 8 Ok 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 9 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 16 15 15 15 Und ich hab kein Holz mehr, yay! Zäune mit dir auch. So. So, so. Und einmal Fackel. Fackel, Fackel, Fackel! Ah, hier kann ich nur einen gehen, hier kann. Hier. Hier darf ich nur einen gehen. So. Oink, 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 oink. Lala. 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 Empty Nights. Drei davon, ein davon, ein davon. Ja, damit. Wenig, ne? Ey, mein Sub-Aquarium. Ja, wow. Mit den Tintenfischen. Spruch jetzt ne Axt. Jetzt rast dich aus hier, Axt. Ne Axt? Axt. Oh, nee, brauchst du nicht. Doch. Spruch ne Axt. Axt, Axt. Oh, zwei Stunden. So. Axt. Axt.